Und? Wie läuft's im Bett? Kriegt er noch einen hoch? Ich möchte gerne mal wissen, woher du diese Boshaftigkeit hast. Wieso? Ich denke, du willst ein Kind von dem. Wer will ein Kind von wem? Bitte, ich will das hier nicht in aller Öffentlichkeit. Meine Schwester hört ihre biologische Uhr ticken. Das war bei mir auch so, aber es geht wieder vorbei. Ihr Typ ist Oberstaatsanwalt, so totaler Workaholic. Ach komm, kriegt er überhaupt noch einen hoch? Wieso? Was guckst du mich jetzt so an? Ach übrigens, wir brauchen noch Salate. Neun Stück, zum Tisch hier. Und Herr Weiß hat wieder sein Gebiss auf dem Po verloren. Übernimmst du? Okidoki. Und was, ich meine, was sagt euer Chef dazu, dass ihr während der Arbeitszeit Alkohol konsumiert? Das war eben der Chef. Read me a story. This familiar plea is taken for granted by most parents. But it never happened before books began to be written for children during the last two centuries. Before that, children absorbed their culture as tales along with the adults from their village storage teller and the town or tribe's plays, dances and festivals. If they contained violence, frightening images or sexual references, no one noticed. You're my heart, you're my soul. Gibt's nicht ein Lied mit diesem Titel? Keine Liebe mehr, weil ich sie nicht verdiene. Als ob ich sie jemals kennengelernt hätte. Doch. Doch. Doch, ich hab sie kennengelernt. Untertitelung des ZDF, 2020